Jan Böhmermann, unser Gast im Weserstrand. Der nächste ist Moritz Rinke. Gibt es eine Frage an Moritz Rinke? Lieber Moritz Rinke, wie kann man es schaffen, dass die Provinz wieder entdeckt wird? Die Menschen wollen die Stadt, keiner ist mehr auf dem Land. Sie schreiben über Worpswede, über die schreckliche Provinz in der Nähe von Bremen. Es geht um ostdeutsche Provinz, die Anbindung von ostdeutscher Provinz. Wie kann man die Provinz zurückgewinnen? Wie kann man die Provinz zurückgewinnen? Wenn wir heute schon alle Fragen der Welt gelöst haben, machen wir es nächstes Mal nochmal. That's the question. Danke.